Wir sind wieder zurück bei GTA Online und wir haben heute etwas Großartiges vor. Der gute Dennis möchte uns was zeigen, Dennis. Ein, 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 ein mysteriöses Objekt. Zeig mal her. Möchtest du etwa deine Hose ausziehen oder was? Das wäre dann natürlich, ich würde euch dann die Anaconda zeigen, aber heute nicht. Oh Gott. Würden sie wieder Alarm schlagen, Area 51. Weißt du, wie so ein Twi'lek trage ich ihn um den Hals immer. Mund zu Mund auf. Ist aber ganz gut im Winter, denn er hat halt Schale. So ein Fleischschale. Ja, das kennt der eine oder andere. Der eine oder andere kennt das jetzt schon hier, was ich jetzt gleich zeige. Aber der Sarats hat das noch nicht gesehen. Das ist ein kleines Phänomen hier in GTA. Oh, ich bin gespannt. Und hier gibt es ja immer wieder so kleine Sachen, die man noch ausprobieren sollte. Und das können wir vielleicht in dieser Folge mal ein bisschen verknüpfen. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz hier rein, war das glaube ich. Ja, okay. Pass auf, ihr seht ja dieses Gitterding hier, ne? Moment, 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 ich bin noch nicht da. Das ist etwas, nicht aussteigen, das ist etwas ganz Besonderes. Es gibt übrigens vier neue Make-up-Styles für mich. Ja, passt auf, passt auf. Was geht mit dir? Ihr seht ja diese Kiste hier, ne? Also ich warte, bis der Tobi fertig ist. Diese Gitterkiste. So, und jetzt sorgt man dafür, dass ihr Sterne habt und springt mal da rein. Wo denn? Okay. Aber einer, einer nur, ne? Das ist nicht allein, der Leute da rein gehen. Warte mal. Ähm. So kann man das natürlich machen. Also ich sag, ja, doch. Das war nicht schlecht. Ich hab in den Käfig. So, und der Walle muss jetzt in den Käfig ranhüpfen, wenn er die Cops am Arsch hat. Okay, du hast die Polizei, ne? Pass auf, nicht auf die Cops schießen, lass einfach mal. Pass auf, guck, was jetzt passiert. Ich muss mich da warten. Lass den nicht angreifen, Leute. Lass den einfach da drin stehen. Wir blockieren ja auch zu viel. Ne, ne, bleib. Die Cops kommen jetzt einfach hier hin. Pass auf. Wenn die, sobald sie kommen. In diesem tollen Wolfsdress. Der Benni, der Affen. Ich glaub, die haben uns nicht gefunden. Wir müssen mal gucken, wie viele da reinpassen. Ich logg den nochmal an. Ja, einfach alle, alle rein da. Genau, logg die mal an. Schieß nochmal drauf, Benni. Ja, jetzt kommen sie. Oh, oh. Okay, okay. Rein da, rein da, rein da. So, nicht schießen, nicht schießen. Lass die einfach, lass die kommen. Hier ist alles versperrt auch, ne? Ja, das ist es aber nicht. Warte mal, ich fahr mal den Truck hier weg. Ah, ich hab keinen Zutritt dazu, okay. Pass auf. Ah, das doof ist, sie ist alles versperrt. Hm. Aber merkt ihr, der Officer schießt nicht auf euch. Ja. Auf dich, oder? Oh, ohne auf den Curry. Komm, oh, der ist. Ah, da kommen noch mehr Cops, okay. Da kommen noch mehr Cops. Sehen die uns nicht? Alter, was macht ihr da drin? Boah, doch, die sehen euch. Das war das, ey. Warte nicht die Walle daraus glitschen. Wurde so ausgeschieden. Kann man hier mit die Karrier wegschieben. Die Cops müssen da dran, warte mal. Hey, Alter, macht der Avenger. Also, ich merke jetzt, also greifen wir es einfach nicht an hier drin. Wie so eine Coder war. Die sammeln sich gleich alle, die versammeln sich gleich alle da. Die stehen einfach um dich herum, das sieht so dumm aus. Ich bin tot. Ja, das Problem ist es irgendwie wegbringen. Es ist viel zu zugestellter. Ja. Was genau hat die Lasergucke da eigentlich gerade vor? Ich glaube, der will das Auto umparken. Der ist Ford. Spielers Ford Lasergucke. Wir können jemanden die Auto von der Messer hat das Spiel verlassen. Oh, cool. Höh. Weil ich so. Geil. Da würden wir nicht mal sehr gut mit uns spielen oder ich fange jetzt hier alles weg. Ja, also ich dachte, das ist ja zum Kotzen sehr. Also ich ampel die wieder eine Kopfgrad hier rum und du kriegst sie da nicht. Die greifen wir hier an. Ah, mein Kopf. Ja, aber tatsächlich immer noch Kopf am Arsch. Ich kann es vielleicht trotzdem zeigen, wenn ich hier eine Granate rauswerfe. Oh, ich muss mal gerade im Winkel gucken. Tobi, Tobi, Tobi. Hilfe, lass mich. Ich muss hier nicht. Guck mal, hat einer hier auf dem Boden. Guck mal, ja mal. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Danke, Dennis. Ja, hier draußen werde ich beschossen und dann gehe ich rein und es ist weg. Nee, doch nicht. Sie beschießen mich weiter. Oh. Ah, jetzt nicht mehr. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin irgendwie gerade draufgegangen. Also das Ding ist, kurze Erklärung, wenn man in diesem Kasten drin steht, kann man von den Polizisten tatsächlich nicht getötet werden, denn man ist da einfach die ganze Zeit geschützt, die Cops rennen zwar alle dahin und man kann die Cops dann von innen zwar töten, aber die tun die einfach nichts und warum das so ist, weiß man nicht. Hier übrigens der Walker-Film, auch im neuen Super-Forms-Video. Hier klar nicht schon. Ja, irgendwie geht das gerade beim Benni. Ja, ist klar, Benni. Benni, also. Hallo, Benni. Okay. Ich warte mal dafür, dass ich nochmal Agro kriege. Hier, Shiny Seedra. Habt ihr auch gesehen im Video. Also der Benni wurde jetzt getötet? Teilz in GTA Online hier, wie live. Vom Dennis, oder? Hä, wieso wurde... Äh, äh, Alter. Ja, ich... Geht... Nein. Kevin, nein. Oh, ist der Tobi. Kevin, nein. Kevin, Tobi, ey. Tobi. Weißt du, wie er immer an der richtigen Stelle ist, ey? Unfassbar. Gib mir mal die Hälfte davon, bitte. Ich hab kein Geld. Nee, Dennis. Was, Dennis? Mir? Ich weiß aber eine Idee, wie wir Geld tauschen können. Mit, ähm, Kopfgeld. Ja, das stimmt, das geht. Aufeinander aufsetzen. Du kannst aber, glaube ich, immer nur begrenzt Kopfgeld verteilen. Das war jetzt keine Absicht, sorry. Warte, Curry, lass mich den umbringen, bitte. Oh. Na, wo bleibt der denn? Der Kopf, Hans. Ops. Oh. Du, die jetzt gerade ran, alle. Ich probier das auch mal aus, hier die Kopf-Challenge. Genau, du musst dann einfach da rein. Und dann in den Top-Challenge. Aber ich wollte dir noch mehr Mythen eigentlich zeigen. Hier gibt es noch ein paar interessante Sachen in der Stadt. Ja, die können wir auch für die nächsten Folgen ausheben. Der ist da gerade rausgeflogen. Ich weiß nicht. Irgendjemand ist aus dem TS gerade geflogen. Curry? Curry? Ja. Sag mal, was hat der denn heute wieder für ein Internet? So, und jetzt stehe ich mich hier rein und mal gucken, ob die kommen. Du hast Sterne, ne? Ich habe drei Sterne sogar und da kommen jetzt einige Cops. Einfach da stehen bleiben, nicht schießen. Lass die einfach da dran kommen. Hä, habt ihr noch so ein Ding? Das sieht so behindert aus, wenn die gleich alle um dich herumstehen. Wo seid ihr denn? Alter, wie viele das sind. Die jage ich gleich alle mit einer Granate in die Luft. Der Sarraza ist auf einem eigenen... Ja, ich bin auf dem eigenen Server gerade. Achso, stimmt. Ich bin hier geflogen. Alter, wie viele das sind. Das ist blöd. Die tun dir nichts, ne? Ne, die tun mir echt nichts. Ja, das ist total komisch. Man weiß nicht, warum das so ist. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe das in einem Tipps und Tricks-Videos gesagt. Aber ich kann euch das natürlich noch mal gerne hier zeigen. Ihr müsst einfach hierhin spazieren. Also da, wo der gute Sarraza sich gerade auffällt. Und da ist dieses Ding. Voll nice. Alter, ich habe bestimmt sieben, acht Tops hier stehen, die einfach nichts machen. Hallo Kevin. Hallo. Was ist mit deinem Internet los heute, Curry? Heute, das ist erst die letzten zehn Minuten so. Ich weiß auch nicht. Mein Internet möchte mich heute nicht. Was ist hier denn schon wieder los eigentlich? Fridi sich da so zusammendrängeln. Ich werfe dir jetzt einfach mal. Alter, ich stehe kurz in ein Auto und hab gleich Kops oder was? Tobi, du musst da rein, Tobi. Aua. Hallo Tobi, geh doch mal in den Käfig. Was geht denn so schnell? Was bist du denn von mir? Ja, wie soll ich jetzt in den Käfig gehen, wenn du mich tötest? Ja, du hast mich gehauen. Ich muss mich reeren. Mit Recht, Kevin. Mit Recht. Du hast mich gekratzt. Du hast mich gekratzt. Wenn jemand Käfig hat, musst du mir den Haaren draufhauen. Genau. Deswegen hab ich mich auch gewehrt. Gewehrt? Nein, gewehrt. Einfach nur gewehrt. Oh, Tobi, nö. Den ist gewehrt. Schade, ich hätte das noch besser machen sollen. Wie könntest du das Mega-Massaker auch machen in dem Ding, dem Käfig? Mega-Massaker. Mega-Massaker-Massaker-Massaker-Massaker-La. Okay, probier mal euren Spiel zu joinen. Habt's gerade eigentlich für mexikanisch. Anzima-Chatskala. Join us, bro. Wir könnten noch mal zusammen ins Kino gehen, ne? Das könnten wir ja auch machen. Zum Abschluss der Folge, oder? Bezahlst du dir das Popcorn, Tobi? Aber ich hab für die nächste Folge noch etwas Cooles. Du bist das nicht das Popcorn. Alter, was geht mir nicht los? Kino zum Abschluss der Folge finde ich eine gute Idee. Was denn? Nochmal. Kino zum Abschluss der Folge finde ich eine gute Idee. Wir sind doch eh direkt um die Ecke. Mein Cover-Dream-Messer, komm mal her. Für die nächste Folge habe ich noch etwas Cooles. Im Kino war ich, glaube ich, noch nie im GTA Online. Ich auch nicht. Im GTA war ich da. Boah, das sollten wir echt noch machen. Ja, hab Tobi eine tolle Idee gehabt, ne? Ja. Ja, finde ich gut. Wo ist das Kino? Wo kann ich das denn kaufen, das Ticket? So, das ist ja hier. Bist du denn jetzt bei uns wieder in Lobby-Walle? Nö. Dann komm nochmal, ist doch besser. Ich gehe alleine ins Kino. Was? Ne, bevor dann nachher wieder Verbindungsabbruch, zeige ich das einfach so. Dann gehen wir mal alle ins Kino, komm. Was geht denn? Hä, wo ist denn der Eingang zur Hölle? Hier rechts. Und dieser, und dieser. Ja, du musst dir dann einfach da hingehen. Und zack. In dem Kino. Ah, hier. Hm. Okay. Hä? Jetzt ruft mich Lester wieder an. So, abends ins Kino. Du musst da in so ein Kiosk. Oh, Slam ist der für das Spiel verlassen? Äh. Lasergurka-Alex ist gestorben. Siehst du mich, Dennis? Ach so. Warum passiert das denn jetzt? Warum bin ich in den Xbox-Store weitergeleitet worden? Ich habe gerade einen Zeichentrick-Porno. Ich gucke gerade einen Roboter-Porno. Eine kleine Roboter-Porno. Ja, genau. Der, 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 der Benni hat so wenig Geld fürs Kino, Alter. Guck mal. Das war der sehr Roboter-Porno. Alter, was geht denn mit dem ab, Alter? So, das gucken wir jetzt. Lass, seid einfach mal ganz ruhig. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich will das nicht sehen. Hallo? Hallo, Benni. Das funktioniert nicht. Das ist doch sehr leise. Was ist das denn für ein Film? Ich muss gar nicht wissen, Alter. Voll widerlich. Ich will ins Kino. Was ist das denn? Alter, was ging da? Das ist der neue Film von Steven Spielberg. Avatar 2. Alter, das ist auch so kranker Scheiß, ey. Aber geil, wie aufwendig das gemacht ist alleine. Sorry, ey. Das ist schon der Hammer. Ja, das ist extrem geil. Vor allem, wenn man ein bisschen rauszoomt, da sind die anderen Kinopublikum und sowas. Das heißt, die ist auch geil gemacht. Und wenn du reinzoomst, kannst du den Film richtig gut sehen. Ja, ich sehe den Curry da sitzen mit seiner Maske, Alter. Nur 360p allerdings. Ach, dann sitzen wir wahrscheinlich nebeneinander. So, Bubi. Ich kann dich nicht sehen, Bubi. Man kann nicht da reinkommen, Bubi. Ich kann Curry sehen. Ja, der sitzt rechts, ne? Ja, genau. Ja, ich habe keine Freude. Und der Benni kommt gar nicht ins Kino rein, Alter. Das ist schon hart, Benni. Das ist hart. Ich muss jetzt betteln. Oh Mann, der hat die Roboter-Tante erledigt. Till 9. Komm, irgendwo müssen hier doch 10 Dollar rumliegen. Piss ich es, tote Penne. Benni ist wieder am Schnorn auf der Straße. I need Dollar, Dollar. Deshalb immer schön die Videos von den Alchemisten gucken, damit Benni nicht betteln gehen muss. Damit der Benni ja ins Kino kommt und sich ein Roboter-Porno angucken gehen kann. Eigentlich müsste ich das sehr gerne gucken, ne? Ein Roboter-Porno. Ach, nee, die kann man ja gar nicht. Ja, Leute. Ne? Haben wir das jetzt auch gesehen? Ich gucke den jetzt zu Ende. Ja, ich auch. Ich gucke den auch zu Ende. Okay, das ist voll cool. Was ist, wenn der zwei Stunden geht? Ich gucke den zu Ende. Nee, niemals. Mir egal, Dennis. Alter, guck mal, wie der jetzt abgeht hier. Oh, die Hände brauchen die ganze Armee. Tobi, ich dachte, der Film war FSK 16. Nein. Weiß nicht. Und was ist das für eine Scheiße, bitte? Ist voll geil gemacht. Natürlich die Frage. Seht ihr das? Das sind die Nazi-Roboter. Ja, ich erkenne da nur viele Pixel. Ah, Roboter. Bist du konzentrieren, oder was? Roboter. 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 Oder ist es normal ein Porno, spricht der Französisch? Si, 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 klar. Aber das ist ja weniger ein Porno. Jetzt gerade bespricht dieser Film ja die Situation, was wäre, wenn Roboter die Welt übernehmen und handeln wie ein Diktatorion? Halt doch einfach die Klappe. Das wäre... Boah, voll geil gemacht, ey. Ohne Scheiß gerade hier. Richtig... Richtig Roboter-Verfolgung. Voll übel. Guck mal, wie die den fertig machen wollen. Ihr seid doch auch gerade da, wo der jetzt die alle plättet, oder? Nee. So ein bisschen weiter. Ich glaube, das war bei uns gerade das Ende. Die Krivins. Hauptrolle Saratza. Und Morgan Freeman. Der macht den wie in jedem Film in letzter Zeit mit. Ja, natürlich. Und Liam Nealson auch, ey. Das ist auch heftig. Was, Brigitte Nealson? Liam Nealson? Oh, hör mal, hör mal. Hast du gehört? Nee. Ah, ja. Der obligatorische Krankenwagen beim Tobi. Nee, das war jetzt, glaube ich, eine Feuerwehr. Oh. Weiß ich nicht. Der Film ist... 186 Jahre später. Sieht das morgens immer aus, wenn ich im Bad bin. Boah, bei mir fliegt gerade eine Rakete auf den Big Ben. Ach, da waren wir schon längst. Wir sind gleich beim Ende, glaube ich. Bei uns auf dem Kanal könnt ihr es schneller sehen. Der Hammer. Ist der Film bei mir länger, oder was? Nee, äh, extra large Version. Was, willst du sein? Der Saratza ist doof. Nein, ich hab gesagt, der beim Saratza, er hat erst später angefangen. So, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zurück... Nein. Ich bin noch nicht zurückgeblieben, ja? Nein, Walle. Bist du haltet mich wieder hänseln? Nein, Walle. Recht ist Breakfest. 300.000 Jahre später. Ey, Tobi, ich spare dir das Kommentar jetzt, ne? Ey, krass. Das Imperium schlägt zurück. Hast du gerade gesehen, was ich meinte? Ja, ja. Welcome to the cinema. Den angebotenen Toasterhund. Ja. Wo die Dosen rauskamen. Ich hab da... Ich sag da nichts zu. No Mobile Phones. Scheiße, ich hab mein Handy noch angehabt. Ah, warte, ich hab das alles gefilmt. Scheiße. Und Playmassive ist raus. Oh, der durfte noch nicht mal mehr... Der darf jetzt... Der muss jetzt aus dem Land raus. So, jetzt guck ich mir auch einen Film an. Ich hab mich jetzt erfolgreich durchgeschnurrt. The Loneliest Robert in Great Britain. Ja, tatsächlich, mit London war sogar richtig mit dem... Was kommt denn jetzt? Man darf sich keinen schleudern im Film. Okay. Komm, es kommt... Oh, es kommt was Neues. Man darf sich keinen schleudern im Film. Ja. Da steht jemand auf bei mir im Kino. Habt ihr auch Werbung? Oder was ist das denn jetzt? Ein schwarz Film? No Masturbation. Und dann verbrennen sie. Alter, ist doch Red Dead Redemption. Oder nicht? Hm. Das ist für Erz. Ey, mal, mir steht einer im Kino. Der soll sich mal wieder setzen. Was kommt denn jetzt für einen Film? Ja, das ist voll so ein... Was ist das denn jetzt? Antoine. Wake up, wake up. Das ist voll sick, der Film. Voll wie bei The Ring oder so. Ne, das ist... Ne, Red Dead Redemption. Echt ein bisschen, ja. Ey, das ist voll der Horrorfilm. Das sind alle, die... Guck mal, das Pferd ist tot und steht wieder auf. Und... Undead Nightmare, Alter. Das Meer, ey, wie sich das bewegt. Die Wellen, voll krass. Boah, die Leiter. Die ist sick. Die ist aber echt hoch. Alter, ist das ein kranker Film. Guck mal, die Leiter. Antonio. Please, Antonio. Also man kann ja dank dem Untertitel auch alles mitlesen, zum Glück. Hast du gesehen, der hatte eine Muschi-Bremse? Iiih. Wenn der Film aussieht, dann bist du doch bekloppt. Ich finde, Sarazza sollte das alles mal ein bisschen nachsprechen. Hat gerade draußen jemandem Feuerwerk gemacht. Antonio, bitte, Antonio, bitte. Die Systeme. Meinst du mich? Ja, dich, Maria. Du hast dich gehört. Wer war das? Antonio, was ist denn los mit dir in letzter Zeit? Bla, 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 bla. Passt gar nicht zu meinem Bild. Ich hänge eh voll hinterher, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Also, auch im Kino. Was fliegt denn da Kühe rum? Ich lache mich kaputt. Passt. Ich bin schon längst wieder raus aus dem Kino. Und ihr? Passt. Nee, dem Film zieht's auch noch durch. Der Film ist doch voll der Hammer. Bobi, Alter, was los. Dem ziehe ich jetzt auch noch durch. Den gebe ich mir noch. Alter, was für ein Psychoschrott. Das ist echt so geil. Ich habe gerade nur gelesen, Open your legs. Jetzt bin ich wieder voll aufmerksam. Die Ziegen, ey. Die fliegenden Ziegen. Kann ich einmal kurz still sein? Ich will einmal kurz... Okay. Das soll ein französischer Film sein. Deswegen verarschen die das so. Das sind ja auch einige, die so komisch sind. Ah, okay. Wie der andere die ganze Zeit im Boot ist und sich dreht. Weil die Europäer immer Kunstfilme machen. Oder ist das im Spanisch und Französisch reden die, glaube ich, irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss auch noch mal hinhören. Ich kann's kaum hören. Französisch. Bei mir redet gerade keiner. Bei mir auch nicht. Bei mir dreht sich irgendwer mit dem Boden. Im Boot, genau. Bei der Stelle bin ich auch. Wer ist das denn hier? Kevin, hast du wieder Freunde? Ja. Wo will der hin? Manfred. Bleibt doch mal stehen, Manfred. Oh, hallo. Ja, das ist auf jeden Fall französisch. Manfred. Guck mal, ist dein Kopf. Ich will ein Selfie mit dir machen, Manfred. Das sind die heißen Chicks. Oh, der Kopf. Und der Pferd trifft sich in Abgrund runter aus diesem Grund, wo Klapperschlangen sind. Natürlich, das mache ich immer gerne. Wenn ich heiße Chicks sehe, werde ich erstmal abgründen mit Klapperschlangen. Und wieder das Pferd. Das Pferd, ja, ist back in town, Alter. Das Pferdearsch war da gerade. Alter. Nee, der nicht. Was haben die denn wieder? Jetzt hast du verkackt bei mir. Ja. Du hast einen Film. Er kommt besser, Duell, Dobi. Alter. Maria, Maria, Maria. Oh, 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 oh. Was ist es klar? Start auf sich, Dobi. Nee, schieb dir das Messer, Duell. Ich habe was viel Cooleres. Wie er die Sniper ausgepackt hat. Was viel Cooleres. Ich will mitfahren. Du willst mich doch eh noch rausholen hier. Nein, versprochen. Wenn ich dich raushol, kriegst du 100 Euro bei mir. Ja, deswegen kommst du doch auf meine Seite gelaufen, ne? Nein, Alter, ich weiß nicht, wo der Einstieg ist. Ja, rechts. Was, rechts? Wo? Los, Kevin. Ben. Meine Tour. Jo. Du hast mir den falschen Leuten angelegt. Du bist tot. Ähm. Was? Mit der Touristenführer-Mafia. Ja, aber echt. Alter. Sie hatten recht. Ja, natürlich. Alter, der Motor ist kaputt gewesen. Alter, ist der Film scheiße. Der Motor ist kaputt gewesen. Ja, vor allem auch. Hast du mal auf den Dialog geachtet, ey? Was für ein Scheiß, die labern. Wo ist dieser kleine Bänder? Das ist echt so blöd. Oh, Italiano. Wahrscheinlich italienisch und französischer Film. Das war eigentlich italianisch. Ja, der hatte was von italienisch. Ach so. Ja, Tobi. Gib mal an, ey. Ja, komm, komm. Guck doch mal um die Ecke, Dennis. Ich halte den Film gleich nicht mehr aus. Guck, guck. Ja, jetzt so. Guck, guck. Ja, bitte fahr jetzt ins Ende. Oh, Tobi. Dennis. Du bist tot. Boah. Ja, der Curry auch. Egal. Macht nichts. Der Curry ist tot, der Curry ist tot. Ja. Ja, wollen wir hier so langsam mal so... Also, ich weiß noch nicht, wie es bei euch ist, aber... Äh, ich bin also dafür, ne? Ne, ich muss den Film noch zu Ende gucken jetzt. Ist das dein Ernst? Ja, klar, der ist halt vorbei jetzt. Jetzt kann ich den noch nicht aufhören. Ist das dein Ernst, Valentin? Ja, ja, ja. Danke, Tobi, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Kein Problem, Dennis, kein Problem. Vielleicht ist das voll der weise Lebensfilm und wir merken es nur alle nicht. Man müsste sich ihn jetzt nochmal komplett reinziehen. Oh, die Szene, wie einer in die Schlucht ins Meer fällt, das kenne ich. Oh, jetzt kommen wieder so verstörende Bilder. Oh Gott. Oh, Benni, die kennst du doch, Benni, wenn du jeden Morgen im Spiegel guckst. Und der war gemein, oder, Benni? Ja, vielleicht ist es einigen Leuten jetzt zu langweilig, aber wir hatten ja am Anfang diese lustige Polizeispecial und jetzt halt das mit dem Kino. Benni. Ja? Ich mag dich, Benni. So ein bisschen. Ich mag dich doch auch. Alter. Ein bisschen viel? Ja. Jetzt schwulen die sich hier wieder an. Oh, Benjamin. Du bist für mich wie Sirup in meine Ohren. Was ist denn das hier? Das sind hier für ein Gebäude? Ich bin tot. Hier kann man gar nicht rein. Sag mal, Kevin, weil ich wollte dich nicht abschießen. Ich möchte den Dennis nur töten. Warum? Das ist mein größter Wunsch. Dann mach das doch auch. Größter Wunsch. Weißt du, was für ein Typ der ist? Mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Alter, wann hört der Film endlich auf? Er wird immer schlimmer. Äh, Tobi? Äh? Ja? Kannst du den Curry mal fragen, ne? Ob der letztens WM geguckt hat? Warte mal, ich muss erst mal... Curry hast du letztens WM geguckt? Werd ich dir nicht beantworten, Tobi. Warum nicht? Weil das einen Grund hat, warum ich dir das nicht beantworte. Ich möchte aber gerne eine Antwort auf meine Frage haben, Kevin. Curry. Ich habe letztens nicht WM geguckt. Dann frag ich mal, was er denn sonst gemacht hat. Was hast du denn sonst so gemacht, Kevin? Das ist privat. Na komm, hau raus, komm. Nein, ich möchte das nicht sagen. Tobi, der möchte das nicht sagen. Kevin ist ja doch nicht so chinant, Mensch. Kevin, die ist doch hier unter uns. Wo nicht in China? Ja, komm, Curry. Ey, der wiederholt sich jetzt, oder? Nee, da steigt immer noch die Leiter hoch. Das ist peinlich. Alter. Unendlich. Das ist mir echt peinlich. Oh, der wird alt dabei. Ich möchte aber wissen, was du getan hast. Alter, bei mir stellt sich schon der Controller an. Ja, was warst du? Was hast du denn gemacht? Ich war auf einem Event. Ja, was denn war eins? Da konnte man schießen. Was hast du da gemacht? Fandst du das nicht so gut, wenn es ein Event war? Nee. Der möchte es leider nicht sagen, Leute. Ich habe es versucht. Ja, Kevin. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe, den armen Kevin. Was willst du denn jetzt überhaupt? Komm, Freddy, schieß dich ab, Alter. Weißt du, wenn man Kevin nicht schon heißt, ist man schon gestraft im Leben. Ist dein Business fertig? Nee, Films, jetzt ist am Ende der Leiter angelangt. Ja, Mann. Freddy, der Ende ist durch. Ja. Juhu. Der war gerade in Richtung Wunden. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Das war's. Das war's.